Willkommen auf dem ersten Video auf meinem Kanal. Hier werden unter anderem Livestream-Highlights, Funny Moments und noch andere nice Videos kommen. Heute haben wir uns zu dritt im Stream mal an Starborn drangesetzt. Was in den ersten Momenten passiert ist und was es mit dem Titel auf sich hat, das werdet ihr in diesem Video erfahren. Viel Spaß! Ich erstelle mir mal ein Char. Start Game. Ach du scheiße. Wie habt ihr euch genannt? Ich bin der Gambino. Gambino? Ja ich bin Gambino. Ich bin Spiral, Spirol, whatever. Dann stelle ich mir auch mal einen Char. Was für eine Rasse seid ihr? Ich bin das letzte. Nova Kid bist du? Da dachte ich mir fast, dass Paul Nova Kid nimmt. Und bei Benne dachte ich mir, dass er entweder Glitch nimmt oder Hylottl. Was nimmst du, Benne? Ich habe eigentlich schon überlegt, ob ich Glitch nehme, aber Hylottl sieht halt auch fangig aus. Ich habe einfach eine Ratte als Viech. Ne, eine Schweineratte. Ich habe eine Schlange. Also eine Schneckenschlange. Ne, es ist einfach nur eine Schlange. Please reboot. Hey Jungs, ist es normal, dass wir jetzt alle erst mit unserem eigenen Ding sind? Ich glaube schon, oder? Ja. So, wie treten wir uns denn jetzt gegenseitig bei, Jungs? Gute Frage. Wait, ich versuche mal über Starbound Server reinzukommen, weil es ist halt auch noch ein Gamefly. Hinata Connected. Was? Ah, warte mal, bin ich da, Benne? Bin ich da? Hier stand Hinata Connected. Would you like to join their party? Spiral, accept. Ja. Ja, Mann. Okay, Benne, wir sind zusammen. Meinst du, wenn ich... Wie du aussiehst, Alter. Voll cool, oder? Ich habe auch voll die Ninterrüstung. Yo. Kann ich meine Kleidung irgendwie ausziehen? Was? Hallo, jetzt übertreiben wir nicht gleich. Ja, hier, guck. Ich bin, ich bin Roboter. I, okay, das ergibt Sinn. Inventory. Wirklich so ultra. Ich sehe aus wie der Grinch, wenn ich meine Klamotten ausziehe. Chillig, Alter. Oh, die Taschenlampe, guck mal. Oh, fuck. Guck mal, wenn der da oben ist, ein Evil Evil. Ach, du Scheiße. Wait. Hier sind überall so Pots, die kann man kaputt schlagen. Okay. Lol. Was? Hi. Erwin, kommst du hierher? Guck mal, guck mal mein Viech. What the fuck, Mann, hast du sowas und ich habe so geschweißt? Voll süß. Alter, was? Es mag dich. Es hat dich fast angegriffen, aber es mag dich. Chillig. Ja, warum? Was hast du denn? Ich habe so eine Schweineratte. Oh, warte mal, ich habe auch mal Glitch gespielt. Ähm, wie kommen wir denn zu dir? Du musst hier TP, äh, to Partymember. Ah, warte. Wait, ich habe mich gerade wieder zu dir TP's. Scheiße. Ja, du musst auf dein eigenes Schiff, glaube ich. Ja. Was ist das denn, Alter? Oh, was ist irgendwie voll süß. Das ist das Schweineratte. Und dein Schiff sieht cool aus. Stimmt, die Ritter hat, äh, die Glitch haben dieses Burgen-Theme mit Ritter-mäßig. Du hast auch übel wie Ritter-Rüstungen und so. Yeah. Glaube ich zumindest. Das ist das Schwein, Alter, wirklich verwirrt. Oh, das mag dich aber auch. Kann ich dich streicheln? Oh, fuck. That shit ain't right. Okay. Was? Das Schwein ist anscheinend aus Metall. Achso, nee. Ich analysier... Okay, okay. Kann ich dich auch nicht analysieren? Wie analysierst du? Äh, mit dieser, ähm, Inspection-Mode. Ah, ja. Oh, lol. Wenn man SDRG drückt. Ich fick dein Schwein. Ey, drück mal SDRG. Ja, ja. Ich hab Iron Ore gefunden. Ah, und aus Timber mach ich dann wahrscheinlich Wooden-Plattforms. Ja. Wait. Muss ich die im... Oh Gott, da kommt irgendwas. Ui. Schlebt's. Junge, meine fett einfach. Guck mal, der Bobo ist am fetten. Siehst du das? Was? Nimm dir ein Zimmer, Alter. Bin jetzt schon weiter in die Höhle vorgedrungen, wie ich sehe. Ich hab... Ich bin grad nach rechts, äh, auch kurz raus aus der Höhle, da wo du disconnected bist. Oh, guck mal. Alter. Da drüben ist... Das drüben ist einmal volles fette Viech und dann noch dieses Schalending. Oh, der macht dir 10 Damage? Wait, wir sind nicht mehr in der Party. Oh, warte, wie stelle ich denn da in der Party bei? Alter, was wärs die Erde? Guck mal dieses Schiech an, Alter. Junge, what the fuck. Irgendwann hab ich Angst davor, dass es mich gleich one-shotet oder so. Junge, passt mal auf, ne? Oh, 15 Damage, Alter. Oh, heilige Scheiße. What the fuck. Okay. Cheese. Äh, easy, Alter. Hier ist nochmal so eins. Oh, du bist heimgesucht. Ich verschwinde. Scheiße, Hilfe. Wait, 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 ich komm, ich komm. Ich hab was abgesagt. Ja, okay, den Scheißer krieg ich weg. Yes, Sir. Ich bin ready mit meiner Special Ability den wegzunehmen. Komm, hast du eine Salbe? Ich hab mir eine Salbe ge... Oh, der heilige Scheiße, hast du den geschnitzelt? Ich hab den richtig genommen. Ich hab da vorhin drüben einen anderen Typen gesehen. Warte, dass wir mal hingehen. Ich hab den angesprochen, aber ich hab vergessen, was er gesagt hat. Ach so. Sorry. Oh, der hat einfach ein Zelt. Also gelootet hab ich schon alles. Da kannst du drin schlafen und dann heilst du dich, ne? Jo. Aber da kannst du auch Sachen dran verstauen, das ist cool. So, danke für den Stuhlmeister. Digga, du nimmst hier einfach alles. Können wir eigentlich sein Zelt mitnehmen? Warte, was ist hier denn? Natürlich. Was ist das? Oh, hier sind Sachen drin. Was ist das da oben? Weiß ich nicht. Travelers Meter. Wo geht's hier hin, Alter? Au. Mach ganz schön damage, die Scheiß-Ranz-Maus, Alter. Au. Ist das eine Kiste? Ja, das ist eine Kiste. Mac Kids und noch irgendein Ranz. Oh, ist noch eine Kiste? Boah, ich hab ne Pickaxe. Ich hab ne Pickaxe. Chillig. Eines dem Pickaxe ist aber in dem Spiel ziemlich unnötig, weil du, äh, dieses... Komm schade, wir können gar nicht zusammen da drin schlafen. Was ist das für ein Viech? Das ist ein Gegner eigentlich, was macht der da drin? Weiß es nicht. WTF? Ich bin stuck. Help, I'm stuck. Bro. Step Bro. Step Hinata. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck. Yo, der hat dich vergiftet. Ey, der spuckt mich an, Alter. Der hat dich vergiftet. Ey, warte mal. Hab ich das Zelt jetzt aufgesammelt, oder was ist passiert? Ich glaub, das Zelt ist kaputt. Ah, es ist auch viele Storage-Chests, Alter. Mit evil-coolem Scheiß drin. Ja, man. Ein paar Salben noch. Wie craftig fucken. Ah, Kohle und Wooden Locks. Ach du Scheiße, das ist ein Boss. Wo? Hier links. Zumindest sieht der sehr bosshaft aus. Warte. Oh mein Gott, what? Der war so groß wie der Balken hier unten. Also, bis der... Oh, guck der. Ach du Scheiße. Ah ne, das ist kein Boss, aber das ist auf jeden Fall ein saustarker Gegner, Bro. Kann wir den einbauen? Den würde ich erstmal nicht fighten. Kann wir den natzen? Bisschen cheaten? Cheasen? Heilige Scheiße. Kann ich auch Fallschaden bekommen. Oh, lol. Oh, wer ist er? Piss dich! Alter, er fickt mich. Oh mein Gott, ich bin einfach fast verreckt gerade. Erstmal Matt geht reinpfeifen. Whatever. Silber ist so... Silberfarben heute. Ja, ich hab... Ey, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, ja. Oh, ich lebe. Noch lebe ich. Alter. Alter Vater. Ich wollte mich grad... Oh, ich hab auch so eine Bandage gefressen. Jetzt muss ich raus. Hey. Easy. Was hab ich hier gefunden? Hm. Oh, ich hab sogar extra... Diese... Ah, ich hab nochmal so ein Upgrade-Modul. Ah, die findet man recht häufig. Okay. Auf. Ja, wir chillen. Oh, ey! Oh mein Gott, er chargt mich. Und da sind voll viele von denen. Nein, ich glaube ich streamer. Oh! Ja, vielleicht liegt's am Stream, Bro. Ne, ich streamer eben nicht. Oh mein Gott. Das heißt, ich esse jetzt nochmal. Ich greif den Rest hier auch nochmal an. Muss doch irgendeinen Knopf gehen, wie ich's auch aus dem Inventar schon essen kann. Oh, schiech! Oh! Fuck, Alter. Die machen fett viel Damage, die Sperbel. Oh, ich muss auch mal... Oh, ich hab ne Waffe! Okay, die Sticks bringen aber schon gut. Nice. Das Lager voll endlich. Ich hab glaub ich nen Dagger. Okay, nice. Okay, schön. Ich glaub ich bin bei euch. Äh, wie heißt du? Gambino. Ja. Hab dich glaub ich eingeladen. Ja, find ich. Perfekt. Oh, du siehst sick aus. Mit Wunowak geht, Alter. Oben links. Ich bin auch ein Clone Trooper, falls es euch mal aufgefallen ist. Ah lol. Ha, wie geil. Kannst du dann in dieser Stadt, wo wir reinkommen, wenn wir gleich... Ja egal, Schatz. Oh, ich hab jetzt ne rotes Bio. Wir werden schon da fahren. Ich bin fett runtergefallen. Ja, ich auch. Schon wieder. Ey, er spuckt mich an. Oh, ich hab keine Sperre mehr. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Finde ich nicht so schön. Ich mag die Uniform nicht von den... Oh fuck, 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 wo wo bin ich hin? Von den Typen. Ach ja, oder? Oh, er spuckt mich an, Alter. Oh, er spuckt mich an, Alter. Ach. Bitte? Hab ich irgendwelche Items die verpasstet? Oh, hi. LOL. Als ob? Ob du Items hast, die wir verpasst haben? Nein. Lange nicht gesehen. Ob die Items, die an der Oberfläche waren ich noch nicht. Oder Bro. Wie du aussiehst. Naja, ein paar Erze wahrscheinlich, aber sonst nicht. Holz ein bisschen. Okay. Holz für Fackeln. Ich bin der schlechteste Sperrwerfer, den es gibt. Oh, ich hab mich schwer. Alter, wie er mich da gehittet hat. Mach Unreal. Oh, schief. Will einer von euch streamen? Mach ich. Wenn du mach Tv slash realbunyo. Falls es nicht verständlich war, einfach Twitch.tv slash realbunyo unterstrich. Follow da lassen, um keines Streams mehr zu verpassen. Link ist in der Videobeschreibung. Oh, Bruder. Das sind Core-Fragmente. Vier meiner ist vier meiner. Ich hab'n Dia gefunden. Einfach Minecraft. Ich hab'n Dia gefunden, ja. Ich hab'n Dia gefunden, ja. Ich hab'n Lava gefunden. Oh mein Gott, Lava macht. Ich bin tot. What the fuck? Oh Gott, Lava macht Schaden, was? Lava macht. Ich bin tot. Okay. Da liegt all mein Stuff einfach. Krank, Mann. Oh mein Gott. Ach, du hast dein ganzes Zeug verloren? Ja. Was? Man verdient seine ganzen Items auf Tod? Auf Tod? Ja, ein Teil hab' ich verloren. Oh shit, Alter. Das wusste ich gar nicht. Oh, Junge. Oh mein fucking Gott. Ich war schon so oft krank. Wer von euch ist noch weit unten? Alter. Ich bin noch ziemlich weit unten. Oh mein Gott. Alter. Also, ich bin noch sehr weit unten, Bro. Okay, wait. Du bist irgendwann dann links von mir gegangen, ne? Ja. Dann lauf' ich mal nach rechts. Oh mein Gott. Da, Jungs, ich, wie gesagt, ich brauch jetzt noch kurz ein bisschen Scheiße hier hab' und dann geh' ich. Kann man nirgends sehen, wo man gestorben ist? Ich bin aber schon wieder tot. Okay. Ich hab' ne Idee, wie ich da hinkomm', wo wir, wo ich war. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein. Nein! Ist gleich. Oh, ist Luca noch, ist Luca noch da? Ne, ich glaub' nicht. Oh mein Gott. Wann wirst du machen? Hier ist Lava. Hier hab' ich mich lang gebaut, I guess. Ich weiß ja noch nicht, wie ich Wasser craften muss oder machen soll. Oh, da ist ein Stuff heute. Jupp. Ich hab's actually geschafft, ja. Aber wie der sich gespreadet hat. Ich bin zerplatzt, Alter. Das ist schlimmer wie ein Terratmer. Aber hier ist es noch Stuff, den ich gerne hätte. Fließt Lava ab. Lava fließt ab. Ich hab's jetzt. Lava ist weg. Irgendwie. Oh, ich hab' ein Feuerschwert. Oh, ich hab' meinen ganzen Stuff. Alles wieder. Okay. Das ist schön. Merke. Lava ist gefährlicher, als sie aussieht. Und hier sind die an der Wand noch einer. Natürlich. Wie weit geht's hier runter? Kann ich mir Robes bauen? Nee. Doch, doch, doch. Robes kann ich mir bauen. Ach du Scheiße. Ich hab' Angst vor den Robes, to be honest. Okay, die Monster sind so insane. Ich hab's ja bekommen. Ja, Moin. Ich hab's jetzt verloren. Ich hab's auch jetzt verloren. Äh. Was ist? Äh. Äh. Bitte sterb jetzt nicht. Bitte spiel. Ich hab' auch Helen. Hoopst, dass ich nicht sterbe. Und hatte Glück. Oh, oh, oh. Oho NEIN. Oh, du hast wieder alles verloren. Oh Gott. Ich hab so'n coolen Jedi frente. Umhang-mäßiges Stuff. Ich hab alles verloren Ich hab grad echt alles verloren Willst du nochmal Try das zu holen? Ey, hast du es gesehen zufällig? Ich bin in den Lavasee gefallen Okay, kannst du nicht mehr holen Riesengroßer Lava Ich kann es nicht holen, glaube ich Ich könnte allerhöchstens probieren, mich mit Blöcken So runterzubauen Boah, das wird schwer Hier Hier ist mein Todesort Und ich weiß nicht, wie viel Blöcke ich jetzt haben Farben muss, dass ich da runterkomme Keiner, ob ich das machen soll Wait, die verschwindet nicht Ich sterbe Wie viel Leben hab ich? Geht's hier irgendwo hin? Habe ich echt alles verloren da unten? Ich hab ne Unruhe Okay Wir sammeln uns Ignorieren den Den Der Fakt, dass wir alles verloren haben Und Weinen Oha Krass Ich dachte, das wäre ne Maus Das ist ne Schweineratte Keine Ahnung Cool Ich hab nichts mehr Ich hab original gar nichts Ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Für mich